Ich hoffe, ihr wart schon schön fleißig und habt gut geübt. Wir kommen zum nächsten Kapitel, Alpernrufe, Kapitel Nummer 5, Seite 11. Auch hier gibt es keine bestimmten Tonhöhen, ihr könnt die Alpernrufe auf jedem beliebigen Ton beginnen, höher oder tiefer als ich. A Bitteschön B 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 D 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